Und willkommen zurück zu Dying Light im Coop-Modus mit dem hammergeilen Sieb! Und dem hammergeilen Patrick! Meiner steht oben gerade. Warte mal, bleibt da stehen, bleibt da stehen, bleibt da stehen. Ich habe hier eine mega geile Überraschung. Komm näher, komm näher. Jump, drink. Und guck rein. Burger, Alter. LOL, Burger ist bei dir drin? Ja. Bei mir ist Alkohol drin. LOL. Ich dachte, das ist so Captain, weißt du? Ach so, Captain. Gut. Oh, der haut das gleich weg. Ach so, okay. Leute, meine auch. Du hast nur noch halbes Leben, ne? Das stimmt. LOL. Zwei. Zwei Hits. Krass. Du hast halbes Leben, meinst du? Ich kann mir mal... Bring es dir in Unheu... What? Alter, ne. Nein. Bestimmt, oder was? Komm, lauf mir mal hinterher. Wir machen mal das Unspann. Am Arsch, Junge. Gut, in der letzten Folge aufgehört bei der Apotheke. Und jetzt geht's zum... Zu der Hochspannung, ja? Zum Umspannwerk. Die irgendwie ausgefallen sind. Ja, es sind zwei Stück. Mhm. Die wir neu starten müssen. Und dann so ein Hauptumspannwerk. Das angeblich belagert ist von ganz vielen Zombies. Oh, geil. Ich bin runtergefallen. Ich bin voll der Jump'n'Run King, ey. Okay. Voll der Lappen. So. Was ist das? Hier, hier. Was ist denn da? Hast du da auch rote Pfeile in die Richtung? Aber Minimap? Ja, das sind Bandits. Oder was das auch sind. Die reden auch. Gehst du hin? Ach, da. Alter. Aber lass einfach... Oh, loo, ey. Lass einfach zum Spannwerken. Was denn? Ja, lass uns die ruhig machen, Alter. Aber wir müssen uns... Ja, wir müssen uns aufteilen. Wir müssen... Einen machst du und einen mach ich. Ich laufe durch zu dem anderen. Okay? Erzähl an. Achso, loo, erinnert euch. Alter, 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 alter. Warm, Junge! Ne, mein Stab der Vergeltung, Junge! Yo, Alter, Luzi, der war schon kaputt, Alter. Achso, so. Tu mir leid. Was hat der für eine Waffe? Maurerhammer. Den nehmen wir mal mit. Ich hab'n, äh... Einen Überlebensrang, ne, kriegst. Ah, by the way, ja. Das, äh... Hab' ich in der letzten Folge schon vergessen. Ich hab' hier nämlich eine Kraftstufe erhalten. Und was können wir kaufen? Ausknocken. Ausnocken. Lol, ausknocken. Lernen Sie mit größter Präzision anzugreifen. Fertigungsexperte. Achso, das ist wie, äh... Betäubt... Ach, das betäubt einfach. Ist auch gut. Hab' ich mal gekauft. Gut. Ich wär' am Schlüssel, Bro. Jawoll. Ja, dann, äh... Weiter zu den Punkten, ne? Eins ist ja näher, gerade. Das eine ist am Arsch der Welt. Äh, gut. Ich frag dir ein... Leute, wo bist du lang? Hast du auf die Karte geguckt? Mhm. Das links ist näher. Ja, lauf du mal vor. Hast du keine Ahnung von der Karte, oder? Nee, ich bin gut. Leute, das ist bestimmt eine Fall. Achtung. Für Zombies kannst du die aktivieren, ne? Oh, das sind die Autos, ne? Hä, wie kommt man denn da lang? Ich glaub, wir müssen außen drum. Oder da lang? Also, wir können doch... Hier doch klettern. Kann man da drüber klettern? Hier, über das Auto. Klar. Na lol, ja, es geht. No, warte mal. Man kann hinten das Auto aufmachen. Äh, das ist gerade keine gute Idee, dass du hier jetzt gerade so rumspielst. Währenddessen ich hier in einer... ...Zombiehorn liege, Alter. Ja, ich komme, ich komme. Alter. Das ist weiter, oder? Ich hab so eine Stufe schon, da kann ich über die Zombies einfach so rüberspringen. Okay, krass. Ach nee, geht nicht. Das müsste jetzt hier sein, ne? Ich hoffe... Das letzte Mal, als ich hier war, war so ein dicker da, glaub. Ach, da bist du ja schon, genau. Ja, genau. Ich warte mal auf den Bro. Oh nee, Schlossknack, machst du das? Ich bin voll der Kacknupp in dem Shit. Das ist... Wenn das einfach ist, ist das gar nicht so... ...so schwer. Glaub mir, auch ein Luzi schafft es, das hinzubekommen. Na klar. Bei mir stöhnt er jetzt die ganze Zeit so weiter, irgendwie. Ich bin im Umspannwerk. Such die Schalttafel und leg den Schalter um. Dann startet das System neu. Boah, geil. Ein Kaffee hier drin. Was ist hier? Klebeband. Und hier ist noch medizinisches Material. Oh ja, perfekt. Perfekt. Ich lege mal den Hebel um in der Zeit. Fertig. Gut. Jetzt nochmal die gleiche Prozedur im zweiten Umspannwerk. Okay. Das bekommen wir hin, oder? Ja, wenn wir den Weg empfinden. Oh, das ist... Ich glaube, wir können hier an diesen Tränen... Das sieht aus, ey. Oh, Alter, nein! Das... Oh, fuck! Runter da! Alter! Das ist keine gute Idee gewesen, Alter! Ja, aber ich habe einen Stromschlag. Ich bin irre, glaube ich. Oh, Mann. Das kann auch nur uns passieren, so heißt es. Ja. Erst ums Pannwerk anscheiden und dann durchlaufen. Spackus. Oh, mein Hand. Oh, hier ist ein Safepoint da oben. Wollen wir den... Ja. Kann man einen nehmen, theoretisch. Ah, das ist erstmal Quest machen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen... Das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber ich finde es gut, dass wir... Ja, komm, jetzt ziehen wir zuerst. Das soll man ja auch in der Nacht machen, irgendwie angeblich, hat der Typ ja gesagt. Oh, shit! Oh, die Mission jetzt, oder was? Ja, das endet zumindest der... Alter. Oh, krass. Guck mal. Das sind doch wieder diese Medikamente, ne? Kann man die... Öffnen Sie das Paket als erster? Das ist ein Wettkampf. Achso, lol. Oh, nein! Pff. Oh, nein. Ich bin runtergefallen, Alter. Oh. Ich bin tot. Oh, Gott. Was hast du denn gemacht? Wir sind ein bisschen zu weit gesprungen. Tot in 24 Sekunden für Selbstmord e-gedrückt halten. What? Nee, warte, warte. Ich komme runter. Ich weiß nicht, ob du überschreitest. Doch, ich kann das... Doch, doch, das geht. Alter, Bro. Du lebst wie der Mann. Ich baue auch mal einen zum Medi. Du hast mir das Leben gerettet. Kein Ding. Die kann man auch herstellen, ne? Ja, ja. Ich müsste es auch mal angucken. Ich habe da nichts angeguckt, praktisch. Lol, ey. Oh, fuck. Das ist doch bestimmt zu hoch. Ja, also zumindest... Na, komm. Oh, fuck. Ich finde diesen Jump'n'Run-Style nicht ziemlich klar. Lol, guck mal, da oben. Auf dem Dach. Ganz so hoch. Ganz so hoch. Hier, hier sind drei Leute. Ich brauche dich. Go! Komm von oben. Steh ab, du Marder. Eder, Nigger. Dreck sein. Bam! Und immer feste drauf hier. Mit dem Knüppel. So, was haben wir hier an Beute? Konserven, oder was? Ach hier, guck mal. Ne Küste haben wir. Ne Küste. Ne Küste? Fackeln, Alter. Wie geil. Katastrophen-Hilfe-Paket? What? Das hört sich gut an. Hammer nice. Hier ist das Spannwerk, by the way. Oh, das ist doch cool. Hier sind aber auch Zombies drin, diesmal. Oh, Alter. Das ist geil aus. Und medizinisches Material. Krass. Ach, guck mal, diese Zombies sogar noch, ähm, vergiftet. Ja, das ist ein und ein grüner dabei, ne? Ja. Was will der da? Hä? Sterben? Alter, wie das ist. So, wir brauchen wieder unsere Teschenlamp, ne? Hier ist auch. Lecker Zeug drin. Oh, okay, was haben wir hier schönes? Entwurf, Elektroschneidermod. Ah, ja. Das ist nice. Das habe ich schon auf meinem Messer. Auf dem hier. Weißt du was, dann mache ich das mal auf meinen Knüppel, oder? Ne, es geht nur auf dem Messer. Es geht nur auf dem Messer. Okay. Schade. Aber ich kann es hier aber upgraden, warte mal. Ich könnte das hier upgraden. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie das geht, irgendwie. Also ich meine, da musstest du, brauchtest du irgendwie ein Messer zu. Sagt er dir dann auch, wenn du das ausrüsten willst. Okay. Wo ist denn hier, by the way, der Knopf? Ach, da, Leu. Gut, Quest abgeschlossen, Bro. Gut, Alfie. Eins ist noch übrig. Okay. Noch eins? Das Hauptspannwerk. Oh, shit. Da wird es bestimmt... Und, äh... Ja. Also jetzt nicht hier wieder drüber. Nee, nee. Jetzt habe ich mal einen Screen gemacht von dem geilen Zombie. Könnte man hier die Sachen auch aufnehmen? Boah, ich finde die Grafik so bombe, ne? Das ist schon... Also mit der Stadt und hinten der Qualm und so, das ist schon geil. Das sieht schon... Pornös aus. Ich folge dir mal, unabhängig. LOL! What? Hat dir jemand geschossen gerade? Nee, da ist, glaube ich, irgendwo die Tür aufgesprungen. Neue Kraftschufe erhalten. Mein Knüppel ist verbogen. Den kannst du reparieren. Mit Metall zu einem. Wieso will der nicht sterben hier eigentlich? Kann ich die jetzt direkt hier reparieren? Geht das? Jawohl. Wenn der R gedrückt wäre... Ja, geht, das ging, das ging. Boom! One-Hit. LOL. Wenn du auf den Kopf ziehst, ist es meistens One-Hit. Hammer, nice. Ich brauch trotzdem eine neue Waffe irgendwie. Okay, Bro. Ja. Okay, lass mal hier unten lang gehen. Da kommen wir zu viel Zombies. Wir müssen ja auch nicht jeden töten. Was haben wir hier schönes? Nice. Hm, Geld. Oh, ja. Oh, leil, eine Kiste, Alter. Geil. Lass die mitnehmen. Was haben wir da drin? Plastikteil. Blechdose und Kaffee. Jawohl. Wir lieben so viele. Ja, es muss aber sein. Also, du brauchst halt die Teile, um deine Waffen zu holen. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Hier runter am besten. Okay, alles klar. Ich will schon sagen, dass wir, dass wir mal direkt zum, naja, nicht hier oben. Wie der Boss das macht, ne? Einfach nachmachen. Ja, hab ich gemacht. Ähm, ja, und jetzt? Oh, leil. Das geht, oder? Ja, guck mal, da unten ist so ein, so ein, mal sehen, vielleicht treffe ich das, wenn ich muss mich gleich wieder retten. So ein. Yeah. Alter, nice. Das hast du ja im Parcours gelernt quasi, ne? Mhm, klar, das haben wir alles gelernt. Oh, es sieht so geil aus, wenn du da hochjumpst. Da hinten ist das Umspannwerk. Und da sollten ja hunderte von Zombies rumlungern. Ja. Anscheinend? Dann bin ich ja mal gespannt. Ist klar, ist klar. Jo, wahrscheinlich. Hast du eine Granate? Nee. Oh, krass. Oh, krass, oh, krass, oh, krass. Also hier gibt es wahrscheinlich zwei Gebäude. Was auch, ich würde die mal anlocken hier. Und dann könntest du ja mal gucken, ob du weiterkommst. Wenn du jetzt bei der Hauptstation herfst, fände die Hauptschalltafel. Sie ist in einem der Gebäude. Wie kommt man denn da rein überhaupt? Ja, ich glaube nur hier an der Seite. Guck mal, hier ist so ein Schalter. Nicht Wissenfall aktivieren. Da ist auch so ein ganz Dicker an der Mitte. Okay, ich komme mal zu dir, ja? Also wenn wir sterben dann gemeinsam. Okay, also er hat gesagt, das ist in einem der Gebäude. Entweder hier drin. Ich glaube kaum, dass es hier direkt am Anfang steht. Glaube ich auch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir joggen einfach mal durch zum Zweiten. Ja. Ja, komm, jetzt schau. Go. Go, Alter. Renn. Renn. Oh, fuck. Oh, lol. Hier kommt man gar nicht hoch, Alter. Ah, du kannst dich hier oben auf die... Auf die Weg stellen. Okay, okay, okay. Ja, hier drauf auch. Ja, dann rüber, ne? Oh, man ist... Mal gucken, ob da einer drin hockt. Ne, anscheinend. Was stünden da einer so rum immer? Echt? Keine Ahnung. Denken wir in einem Fall? Ich glaube aber, dass es da einer so... Ach hier, während des Tages nicht verfügbar. Aha, dann müssen wir hier pennen, oder was? Kann man denn hier pennen? Du kannst, glaube ich, bis zum Nacht... Bis zum... Zum Tagesanbruch, oder bist du... Also, jeweils bis zum Nacht anfangen, oder bis zum Tagesanbruch kannst du pennen. Allerdings, ähm... Wie spät ist es denn? Hast du denn eine Zeit irgendwo? Äh, 11.52 Uhr. Das ist ein bisschen früh, ne? Müssen wir halt später hier hinkommen, oder? Wie sieht das jetzt aus? Ja, zum Anbruch der Nacht, ne? Was soll denn das? Das kann man doch auch jetzt aktivieren, weißt du? Come on. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal auf die Questliste. Oder machen einfach mal direkt mit der Story weiter. Was hältst du davon? Ja, wir können natürlich auch einen kurzen Break machen. Ganz kurz einen Break. Aber wenn wir jetzt schon mal hier drin sind... Ich weiß ja nicht, ob die hier... Doch, ja, da sind welche. Okay. Ja, das lieber zu, das Ding. Hm. Gibt's auch nichts zum Mitnehmen. Nee, schade, dass man hier nicht... Wenn ich jetzt wüsste, ne? Ach, schon 12.09 Uhr, das geht ja voll schnell, okay. Ja eben, deswegen, wenn wir jetzt loslaufen, dann landen wir beim Hauptquest in der Nacht. Und das ist, glaube ich, nicht so geil. Ja, dann zum Abschluss der Folge noch ein paar Metzeln. Glaub ich sagen, ne? Wer kommt her? Kommt her, hä? Wer ist der Boss? Ja, komm doch näher. Ja, komm doch näher, hä? Warum sind hier so viele Frauen? Diskriminierung der Männer. Achso. Stimmt, hier können wir ja schön, schön looten, dann, ne? Hahaha. LOL. Dein Mann. Hast du schon mal so eine Slowmotion gekriegt? Einmal, ja, vorhin. Diabell. Wie kommen denn hier rein? Wie der Spawn-Wing, ne? Oder wie du sie ihren Arsch getreten hast gerade? Alter. Das gefällt dir wieder. Das gefällt dir. LOL. Auf einmal sind vier Stück hier drin. Wie kommen denn hier rein, ey? Boah. Also das bringt es echt auf den Kopf, zielen, ne? Ja, auf jeden Fall. Oder auf den Nacken, weißt du? Schön rein. Die Spawn hier neu. Ich glaube eher, die werden hier so reingeglitscht, also reingebackt. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Dicke hier nicht reingebackt wird. Ja, guck, der wird hier so reingeglitscht. Doch, das ist in der Tat so. Wenn man wegguckt, dann kommt der rein. Bleibst du jetzt liegen? Mann, wieso bist du denn immer so aggressiv? Das ist ein Zombiespiel. Achso. Gut, das ergibt Sinn. Ja, guck mal hier. Ey, Schoko. Ach, Schoko. Alter, die trifft mich. What? Lol, stimmt. Das ist aber aggressiv hier. Haben wir mal ganz gut aufgeräumt hier. Guck mal, hier ist einer reingeglitscht. Guck. Hast du gesehen? Ja, du hast zwar nicht gesehen, nein. Diese Deckungstur, was hier so los ist. Ah, Tatsache. Was war das denn? Ich muss mal kurz meinen Knüppel reparieren. Lol. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, wäre... Achso, Tatsache. Ob das jetzt weniger werden, wenn wir hier anfangen aufzuräumen. Oh, guck mal. Voll viel Loot. Krass. Aber die verschwinden auch nach einer Zeit. Oh, das ist nicht gut. Boah, Mann, nice. Guck mal hier. Voll viel Loot. Voll viel Loot. Was meinst? Geld, Zigaretten, das kannst du nachher alles verkaufen. Was? Die rauchen wir selber. Ja, stimmt. Wir machen ein bisschen. Wir machen ein Chilling hier drin, dann geht's los, die Party. Eine Flasche Checkliste ist aber auch am Start. Daran soll sie nicht scheitern. Na gut, dann müssen wir hier reingehen wieder. Genau, die eine mache ich noch hier, die ist hässlich. Und, äh, die macht's. Du bist so ein Assi. Dann komm ich auch wieder rein. Und, äh, wir sagen, wir sehen uns morgen. Beziehungsweise nachher in der Nacht. Also, für euch dann morgen. Oh. Äh. Ich kann nicht mehr. Ich höre bitte mehr. Du bist krank. Ich komm, ich mach dich kaputt. Das ist mal die Kackern abgehört. Okay. Äh, ja. Das ist halt eine. Morgen, morgen reden wir hier. Morgen 20? Achso, nee. Nee. Ja. Ja. Morgen dann einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut in Europa rein. Tschö. Tschö.